Tag im Schwimmbad, da hätte ich jetzt auch richtig Lust drauf. Die Jungs hier hinter mir lassen es sich gut gehen. Hey ihr zwei, ihr sollt für uns aber auch noch die neuesten Sommergadgets testen. Ich würde sagen, wir chillen jetzt ein bisschen. Wir chillen. Lautsprechersystem in weiß. Ein schwimmender Lautsprecher? Klingt super. Mehr fürs Freibad jetzt in unserem Push-Sommergadget. Noch ein Urlaubsklischee. Frauen nehmen immer viel zu viel mit. Also zu viele Klamotten, die sie dann ungetragen wieder mit nach Hause schleppen. Aber mal ehrlich, wenn wir Mädels weniger einpacken würden, hättet ihr Männer doch nichts mehr zu meckern. Das wäre doch langweilig. Ups. Vorsicht Polizei. Die auf Mallorca ist neuerdings gar nicht zu scherzen aufgelegt. An der Playa gelten nämlich jetzt strenge Regeln. Sogar wenn es nur um eine Strandmassage geht. Ich freue mich das ganze Jahr darauf. Immer wieder. Und ich finde es ganz, ganz traurig, dass die Mädchen immer verhaftet werden. Und jetzt passen Sie mal auf, was auf Mallorca seit Neuestem noch alles verboten ist. Noch einen fabelhaften Feierabend. Bis morgen. Tschüss.